Guten Tag, zurück bei Pedagaming. Jetzt tun wir die, 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 weiter noch die Knacke. Ah, das sind die nervigen, finde ich. Ah, man, zu spät. Ah, man. Ah, Mist, das ist so. So, jetzt müssen wir wieder schieben. So, jetzt müssen wir wieder schieben. So, jetzt müssen wir wieder schieben. Auf, hält. So, jetzt müssen wir wieder schieben. So, jetzt müssen wir wieder schieben. nervig fühlen. So, já, ja. So, blündern an den Wald. 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 Der Stahl für dich! Schieb deinen Arzt! Aktiv ist klar! Ich bin der Stahl! Ich bin der Stahl! Ich bin der Stahl! Nein, das ist der Stahl! Knacken, das ist schon noch immer. Ah man, das ist schon noch immer. Ja. so blühen wir nicht einmal mit Wacken nach dem Anzeigen Armand mit 2 Armand zu spät aber wir hatten schon ein war war muss ich wieder rüber umhauen wie er muss wir sind muss ich schon wieder neue Besserger vorliegen Ja, Gott! Wow! Eh? um um ja Ja, ja. Oh, nicht mehr, nicht mehr. Vielen Dank. Ja, das kann ich dir. jetzt merken wir mal die Tür, hoffentlich bin ich besser gedacht ja, ein zum Glück, das geht immer schon besser noch eine Tür müssen wir noch knacken, wenn wir nicht oh, da ist er da haben wir ihn, die Tür oh, viele Augen gut, dann los nein, sie überwarten den Eingang, wir müssen die Treppe runter und rüber dann folgen wir das oh, ich muss nicht aber manchmal aber ua Was ist das, Herr Wallner? Keine Geräusche. Schlag, den Stöcker! Feierabend! Obacht, das ist ein einfallsreicher Lümmel. Was ist das, Herr Wallner? Was ist das, Herr Wallner? Hala, Herr Wallner. Oh, Herr Wallner! Naja, Herr Wallner! als das fahrradern ja er war an anlassende Schiene Leute wie wichtig seid ihr als Gefangener an Untertitelung des ZDF, 2020